Matsyendrasana, die Stellung des Meisters Matsyendra, auch genannt voller Drehsitz, auch genannt purna Matsyendrasana. Vishnu Prema von Yoga Vidya zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Lotus, wobei der linke Fuß oberhalb des rechten Oberschenkels und auch oberhalb des rechten Unterschenkels ist. Von hier ausgehend fasse mit der rechten Hand auf das linke Knie und ziehe das Knie hoch. Dann drehe dich nach links. Wenn du kannst, kannst du auch die Ellbeuge um das Knie geben oder du kannst sogar wie beim halben Drehsitz die Armhaltung machen. Dieser Matsyendrasana ist hervorragend für den tiefen Bauch. Ein Fuß drückt tief in den Bauch hinein, eine gute Massage für die Bauchorgane. Ist auch gut für die Flexibilität der Wirbelsäule. Matsyendrasana hilft auch die Energie in die unterste Wirbelsäule hinein zu bekommen, also in die Kundalini letztlich zu erwecken und die Energie im Muladhara Chakra zu aktivieren. Matsyendrasana lässt dann die Energie durch die Wirbelsäule nach oben steigen und hilft dir, die Konzentration im dritten Auge zu vertiefen. Matsyendrasana ist auch eine hervorragende Übung, um Jataragni, das Verdauungsfeuer, zu aktivieren. Bekannter als diese volle Matsyendrasana ist der halbe Drehsitz, den Vishnu Prema auch nochmal zeigt, wo du eben statt einen Fuß auf dem Oberschenkel zu halten, den Fuß unter dem Oberschenkel, den anderen Fuß neben dem Knie und danach zur Seite dich drehst. Viele Variationen von diesem Ardha-Matsyendrasana findest du auf unserer Internetseite wiki.yoga-vidya.de und sehr systematisch auch in der Yoga-Vidya-App. Schleifung. 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 Vielen Dank.